jo was geht ab liebe leute willkommen zurück zu einer neuen folge von ghost of tsushima so wir machen jetzt folgendes das ist mongolische lager da wollen wir rein gibt mir acht eisen finde ich gut i like it let's go 50 meter von hier mal gucken wie schnell oder wie leicht das geht und da ist ja mein lager schon okay wir haben bogenschützen da oben gegen bogenschützen kann ich aber glaube ich gar nichts machen verflucht ich müsste wenn es geht da irgendwie hochkommen ok 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 gleich doppelt gesehen okay das ist gar nicht so einfach dann er ist jetzt mal weg gehen und ich müsste da hochkommen ja geh weg aber ich habe keine utility das wird ich will ein bisschen stealthy agieren ok ich bin jetzt ich bin mach ich bin ich es ich 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 Schnell, 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 schnell. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, ich hasse Pfeilern. Da war sehr viel gebraucht, muss ich zugeben. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Scheiße. Es ist was Probleme. Es reicht immer noch nicht. Habt ihr einen Kunai? Sehr gut. Das ist krass. Ich weiß allerdings gerade nicht wo. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wieso hältst du so viel aus, Bastard? Das gibt es doch nicht. Das fühlt sich komplett anders an als bei Tomb Raider zum Beispiel. Bei Tomb Raider fühlt sich das irgendwie anders an. Keine Ahnung. Nicht ganz so schwammig. Wo ist dieser Bogenschützer? Na, cool. Ich schau. Ich sehe die absolut nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Aber in meinerichung könnte es nicht sein. Ah, da bist du. Ich habe gar keine Ahnung. Ah da bist du. Ich bin sehr beschwört. so ok 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 bad boys bad boys Okay, er kommt zu mir. Ab und zu passiert was, heute gewinnst du, morgen verlierst du. So, das Lager gehört fast mir. Und jetzt gehört das Lager mir. So, wir kommen 8 Eisen, mal gucken was hier noch so alles ist. Hier ist gar... doch, was ist das? Da sind Vorräte. Da ist Eisen. So, ich muss mich überall hier umschauen, darf hier nichts übersehen. Okay, hier ist nix. Da ist Eisen ohne Ende. Da ist sogar eine Verbesserung verfügbar. Sehr geil. Da ist Stahl. Da sind Vorräte. Oder nicht, das ist Schwarzpulver, das ist sogar noch besser. So. Da ist nix. Hier haben wir alles rausgeholt. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal hier rein. was ich glaube das war's ich glaube das war's okay oder ja das soll es gewesen sein dann machen wir weiter mit 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 hier war meine mission oder nicht weil bin ich bescheuert war immer nicht eine mission irgendwo dann weiß ich nicht mehr das sehr sehr weit ich glaube wenn ich erstmal hier reinkommen ist das schneller aber hat mir ja nicht mit mission unten links gehabt ich weiß nicht mehr ich habe die haben wir abgeschlossen mit sensor oder erstmal kurz gucken kann ich überhaupt irgendwas machen nein mir fast fehlt mir dann eisen fehlt mir ein bisschen was und vorräte fehlt mir ein bisschen was hier fehlen mir vorräte der rest passt okay dann flotter zora das schminkt die kürze verdorben Aber hier sind wir, Kurs vor Verbesserung, so ist es nicht. Äh, crap. Höher! Warum muss das alles wieder so hoch sein? Kann ich hier durch? Ja. Höher! 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 Also hier runter zu kommen wird alles nicht einfach. Höher! Wie komme ich denn da jetzt runter? Schnell, Sora! Okay, wir erstmal hier weiter gucken, ob ich hier irgendwie runter komme. Ohne dass ich mir irgendwas brechen muss. Okay, das wird nicht einfacher. Doch, da kann man beruhen. Doch, da kann man beruhen. Der Weg ist definitiv richtig. Susano, beschützt er mich. Das machen wir mal später, dass man das auf der Karte... Höher! Ja! Kommt, jetzt mal zu. Juno und Taka sollten dort sein. Nein. Nein. Ach. Ach... Ach, ich habe sie geschnitten, aber ich habe es nicht hidden. Ohne. Ach. Ach. Ach, ich habe es nicht dämpft. Ach. Ach. Dort ist ein Kampf. Irgendwo hier kann es sein. Ok, also mehrere Gegner gleich hinter dem... ok. Ich bin bereit. Kein Fallenbogen mehr für euch. Obwohl es noch Fallenbogen kommen soll. Er ist tot. Echt, so Feile sind bei mir voll. Geben mir Q9. Wollen gleich zwei davon. Vorräte, perfekt. Ich bin noch irgendwo irgendwas. Hä? Da oben. Was hast du? Juna. Bist du das? Jinn! Da bist du ja. Was ist hier passiert? Wo ist Taka? Versteckt sich mit den Überlebenden. Gerne. Die Mongolen kamen vor ein paar Tagen. Sie nahmen Gefangene und töteten jeden, der sich gegen sie stellte. Jetzt kommen sie zurück, um ihr Werk zu vollenden. Das waren nur Speer. Der Haupttrupp kann nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt! Wir können die Stadt halten. Was? Wir brauchen Komatsu's Schmiede. Und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Hammer- und Schmiedefeuer. Wie viele Überlebende gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Was ist mit deinem Bruder? Der könnte keiner Fliege etwas antun. Das bleibt aber unter uns. Wieso seid ihr so verschieden? Gib mir später einen aus. Vielleicht erzähl ich's dir. Guck mal kurz, ob hier oben was ist. Sieht aber nicht so aus. Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde hier von Mongolen gefasst. Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Funktioniert die Schmiede? Ja. Aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Fürst Sakai! Taka? Drei mal bitte. O-oh. Tada. Ich geh jetzt ab… Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burka-Neder, und ich muss ihn befreien. Leise. Sodass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen... Ich werde ihn Kumatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen. Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. In der Stadt. Ich finde Yukio. Juna. Bereit für den Kampf? Das ist sie immer. Finde Yukio. Man kann ja nicht weit weg sein. 60 Meter. Da vorne ist das ja schon. Oh shit. Oh shit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okio? Ja? Taka braucht Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet. Meine Frau und ihre Schwester sind am Fluss. Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. So viel Blut. Nicht hinsehen. Seht mich an. Ja, mein Herr. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier. Oh, oh. Ah. Auf, auf, auf. Das war's. Yukio schickt mich. Er lebt. Folgt mir. Taka braucht euren Gemahl. Mutsu, meine Liebe. Yukio, ich dachte, du wärst tot. Alles in Ordnung? Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Nur wenn ich gegen Mongolen kämpfe. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht vorbei. Oder vielleicht doch. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht möglich. Danke, mein Herr. Die Mongolen sind hier. Wo ist Juna? Sie wollte eine Familie aus dem Haus am anderen Ufer holen. Sie ist noch nicht wieder zurück, verdammt. Entfacht das Feuer erst, wenn wir zurück sind. Hm, wo ist Juna? Oh, mein Herr. Ja, das war dumm von mir. Okay, 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 okay. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Keine Pfeile mehr für niemanden. Das ist nur positiv. Okay, okay. Okay, Pfeile schon wieder. Wo ist Juna schon wieder hin? Bin ich hier richtig unterwegs? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ja. Pfeile. Hier rüber. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie. Ich kann zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Samurai. Wo ist Samurai? Sag Wahrheit. Sonst Freunde werden leider. Wir kennen keinen Samurai. Wo sind West und deine Leute? Sie sind weg. Bitte lass uns gehen. Sie sind weg. Maate. Na gut dar Ruth, alt Khan, bin ichürgen. Scheiße. Aber funktioniert 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 specified. where do jegree mich band disease ? combination Was?! In den letzten Sekunden? Ich bin auch da reingekommen in den Sekunden... Oh, fuck, my life. Oh, ich hasse das mit den Geiseln, das ist so nervtötend, ehrlich. Das mit den Geiseln finde ich so nervtötend. Ich mag das gar nicht mit den Geiseln. The fuck is going on? Das mit den Geiseln mag ich wirklich kein bisschen. Ich will sehr nervtötend, Alessandro. Das mit den Geiseln. Das mit den Geiseln. Das mit den Geiseln. Ihr seid ja nehmt, ihr seid nicht mehr. Wie seid ihr? Das mit den Geiseln? Okay, zwei haben wir da. So, jetzt aber. Ich habe es auch in der letzten Sekunde noch gerettet, habe ich gedacht. Gib ihm den Kuhn ein. Wir lassen es erst mal kurz passieren. Also, ich habe drei Kunais zumindest, ich habe ein paar Pfeile, acht Stück sogar. Ja, definitiv ziehen lassen. Juna, den Göttern sei Dank. Entfacht das Feuer, Taka. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten, wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so werden wir hier kämpfen. So, liebe Leute, wir machen wir hier einen Folgenbreak. Bis zum nächsten Part von Ghost of Tsushima. Bis dahin, haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.